Herzlich Willkommen bei Forager! Folge 33, wie mir scheint, auf YouTube und wir haben das Portal geöffnet zu einer anderen Dimension, wo wir jetzt ganz viel guten Stoff herkriegen. Was war mit dem einen Leder? Verkauf nicht. Noch einen brauche ich auch nicht. Was? Nein, was hat er verkauft? Nein, was habe ich verkauft? Nein, diese... Diese eckigen... Alter... Das ist ja ein Unfug. Die hätte ich hier gebracht, diese eckigen. Das gehen wir noch runter. Was? Was? Das geht wieder nicht, bitte. Lihon Stein. Ich weiß ja nicht, wie die Gehörsen ein themen sind, aber ich hab's nicht gelesen. Auch eine Erkaltung. diese auf die 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 habe ich gehabt blöden dämonen hörner den knochen die bracht wirklich so und wir sind es unix ooooh nix auch ein unix oder ist gar keiner so da vielleicht oje was essen wir denn jetzt eigentlich macht aber auch nichts weil so viel gibt es da glaube ich gar nicht wir gehen dann ins nächste portal weil da kommt da eher wieder die feinde die uns so viele feinde sind noch sieben noch da 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 2 1 fertig okay ok gut dann können wir dann fangen auszugraben brauchen mehr unix und klicks dran könnten wir es auch wieder bringen tadaa ohja onix ganz viel onix wir brauchen mehr unix nix mehr als unix ich weiß noch nicht wofür aber es schaut ganz toll an es ist hier ganz wertvoll und mächtig auch auch viel wofür haben wir leider kein unix das Das ist ein Horstophil. Noch sowas? Komm, Skelett, macht's gut, danke. Alles mal! Wirklich mein Inventar ist voll? Nein, sowas? Okay, weiter geht's. Sterben, bitte. Okay, ist nix. Die jetzt, da noch. Und die auch noch. Skelett, bleib da, Hilfe. Wird ja immer wilder. So. Dann, warte jetzt. Wie viele sind's noch? Fünf noch. Easy. Bäh. 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 gäh. Bäh. noch aber unix ist nicht drinnen was ist was bist denn du was schweizt mir jetzt weg den einen einzelnen ok das warst du bist du hallo das da essen bahn den stahl richtig wenn ich es mir schon aussuchen kann er nämlich den die export noch mehr o nix na gut dann auf in die letzte ebene letzte stufe auf geht's schnell alles kaputt der kaputt so ich bin auch 14 Komm mal drauf. Was ist das? Da sind zwei. Da sind zwei. Da sind wir noch. Wie viel noch? Drei. Zwei. Eins. Yes! Geschafft! Gut! Jetzt können wir da in aller Ruhe alles einsammeln. Ein bisschen Onyx wäre noch nicht schlecht. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Okay. Jetzt brauchen wir auch nichts. Oh nichts. Nein. Können wir doch noch einen Trank nehmen? Ja, komm. Wenn nicht da, wo dann? Oh, nix, ne bitte. Oh. Ja, was haben wir denn da? Soll ja vielleicht keinen Platz im Inventar verdampft. Können wir vorher noch ein bisschen Platz machen, glaube ich. Sicherheitshalber. Boah, ich stehe vor, jetzt hast du keinen Schlüssel mehr. So, was brauche ich nicht? Ist das Königsstoff oder ist das? Königsklein. Da hab ich, wo hab ich die hier? Oh, das bleibt. Und dann? Oh, 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 oh. Jetzt will ich alles haben, wenn es wurscht. Das wollte ich nicht. Der Sand ist schon nett. Ähm, aber was ich nicht brauche, sind... ...die Hörner. Was willst du noch? Was ich auch nicht brauche, ist der Donner-Trank in Wirklichkeit. Es ist schon der Donner-Trank in Wirklichkeit. Nein, die 84, die auch nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, und jetzt? Stufe 6? Wie? Ich dachte, es gibt 5? Oder geht das jetzt einfach unendlich? Auf da! Auf da! Was bist denn du? Was, ich gibt es jetzt doch schon so? Ein Gegner! Ein Gegner! Oh, yes! Das ist ein Tick-Spot! Das ist ein Tick-Spots! Ich bin da reich, wenn ich da wieder heimke! Ich bin da reich im Sinn von... Ja, aber alles! Das ist ein Tick-Spot! Gut! Gibt es denn noch ein Level jetzt? Wir werden es gleich sehen! Okay, weiter! Stufe 7, es ist live und 5, was heißt das? Also! Oh! Oh! Nein! Hallo! Ah! Nein! Hallo! Ich will noch fünf Gegner. Das zeigt sich aus. Fertig! Gut! Hält man das auch wieder? Das sind aber ganz schön viele Stufen. Das wäre aber cool, wenn man ihm sagen könnte, bitte sammle einfach hier irgendwas gar nicht an. Oh, mein Unix. So, ein Tickstück. So, ein Tickstück. So, ein Tickstück. So, ein Tickstück. Wenn das so ist, geht's weiter. So, ein Tickstück. 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 Oh! So, ein Tickstück. So, ein Tickstück. Ich bin schon gleich mehr Droiden, dass die gleich alles werden und beseitigen. Oh, das ist gut. gebeten wenn wir gleich noch einen trank Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Alles klar Entschuldigung, wo bin ich? Ich stecke fest Also ist das die Fehl im Glas oder was? Das habe ich auch keiner mehr Ups Na gut, das haben wir zumindest nicht Okay, na gut, das ist unser erster Ausflug Aha, der Fehl im Glas, also Retten dich vom Tod, um zu wissen So, da ist die Zeit nicht weitergegangen, macht auch nichts So, ja, was können wir denn jetzt herstellen eigentlich? Eine Lokomotive Okay, stell her Keine Ahnung, was das macht Was? Nein, weil wir sind nur im Glas So, was klappen Was mache ich jetzt mit dem Hey So So Er war so ein bisschen gut Ist okay, verstehe ich So In ein paar Minuten ist der Dickspot da auch wieder Oder zumindest der Schwein aktiv Was potenzielle Dickspots bedeutet Aber, was mir für mich interessiert, das kann ich da jetzt tun Eigentlich kann ich da ausdrücken So, da muss ich mal hin Was mache ich da jetzt mit dem Schleimsegel hier, da brauche ich Gelee Wie soll ich nur drei Gelee? Ah, weil er das für irgendwas immer braucht Egal Ein Schädel, siehe Wie soll er zwei Achso, für die großen Und drüben Wo ich kosmischer Stahl Und ein Toxisches Halte gut Was ist weiter, sag ich? Da können wir jetzt leeren Stahl hier Wenn der braucht Elektronik Aber Wir stellen mal acht hier Dass wir zumindest den da unten mal Oder sieben Ja, sieben Dann können wir mal Da unten dem Herren helfen Oder so was Was ist das heute? Das kann ich jetzt sagen Ich will So Und du baust bitte Was ist das? Kosmischer Stahl Nee, natürlich nicht Jetzt will ich Bären Lassen wir so ein Relikt springen Okay Ja, die haben wir gesagt, die bauen wir jetzt nochmal Für die Quester unten Das braucht noch 59 Sekunden Das wollen wir gar nicht locken Aber wir wollen da einiges Einlagern Das ist wieder alles voll Da brauchen wir noch eine Tresor Sachen gibt's Und magst du noch eine Tresor? Danke Danke Gut Glas zum Beispiel Oder diese Gurkenzeugs Das klingt jetzt nicht so toll Dann die Also alles was man findet da drinnen Das behalten wir Alles was man nicht findet da drinnen Oh, das wünscht man Die sind aber auch nicht so schlecht Die Käfer, die brauchen wir jetzt nicht Okay, wir müssen alles erweitern Wir müssen unsere Taschen erweitern Hilftix So, kann man da die Tasche erweitern Da haben wir einen Hilftrecht Ah, großer Rucksack Man braucht Flaschenkäfer Das werden wir schaffen Richtig gerade da jetzt Ja, Flaschenkäfer Das sind die Wo Flaschen? Wo sind die Flaschen? Da So Nein, das ist Öl Wo sind die normalen Flaschen? Okay Hat das auch verkauft oder was? Wehe Du, das hat sich verkauft Das sind wirklich keine mehr Halte Okay Los Mach Flaschen. Machen wir 100 Zippen reichen. ACH! ACH! Ah, da ist gut der. Ja, das ist ja gemeint, da braucht man eh auch irgendwann das Kind. Hopp! Gut! Wenn wir die Flaschen haben, können wir da die Käfer holen. Und, wir sind schon wieder über der Zeit! Eieieiei! Okay, in der nächsten Folge werden wir die ganzen Schreine wieder aktivieren. Und wir werden dem alten Mander seinen Wehrstahl bringen. Dann schauen wir, was es uns dafür gibt. Okay, danke fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal!